Ah, ihr landet mit uns zurück. Weil? Space! Ah, war auch auch, ja. Äh, jetzt die, äh... Na, boh, boh. Äh, na, ihr wisst, ich glaub, ihr wisst jetzt, ok. Die Old Lady ist schon fertig. Super, 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 wo ist die Old Lady? Die ist halt unten, ok. Dann lassen wir ab und ab mit ihm kommen, kann ich mal dort einiges, glaube ich, er hat hier die Maschinen entdeckt. Was müssen wir ausgeben? Ok, drei Prozent. Äh, plus, äh, da starten wir einfach mal. Äh, ja, hau. Genau. Äh, die Naboo-Klasse, äh, die Naboo... Äh, die Naboo... Wie ist jetzt? Äh, okay. Nubu, äh, genau. Und jetzt habe ich sicher in Naboo, also mit Naboo weh, geht aber nicht bis da, wo es kommt. Und jetzt macht das mit 2B, genau. Genau, man wird die Schlepp-Däger, die Schlepp-Ans. Also ich bin mir sicher, dass ich Schlepp-Ans kann. Genau, genau. Na, die Naboo-Klasse. Ich habe immer nur du, na, 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 nu, wau, genau. Sie hat zwar schwächere Schilde, aber sie hat ziemliche Feuerkraft. Ich blieb ein bisschen umgestylt. Ich bin drauf gekommen, dass es nie viel aus Detail, ne. Deswegen haben wir ja da weit ausgetan. Deswegen haben wir gar nicht mehr ganz so viel getan. Aber, was wir jetzt kaum, obwohl wir wieder irgendwie auf dem Detail gesehen haben, wir sind wieder einige verkauft. Und jetzt sind wir für 15 Millionen. Genau. Ja, genau. Was wollte ich noch zum Naboo sagen? Na, ich glaube, das wird eben in Zukunft so die, die Klasse wären, die halt dann uns begleitet. Oder zum Beispiel, wenn wir jetzt in Borsche viel, viel Glück für euch her ist. Na, bei uns ist ja doch halb so ein fährisch. Dass ich die da einfach mitschick. Oder da also die, die dann die Aufgaben selber erlegt. Ja, das ist gut. Na, ich lebe von mir wirklich mit der Ehrlichkeit unter mir. Ne, äh, da war ein Stopp. Ich würde gerne wissen, wer die einspringen kann. Okay, die kann ich ganz weit springen. Ich scanne jetzt. Na, oder? Oder wie? Na, das ist gut. Okay. Genau, ich würde gerne mit der Ehrlichkeit unter mir spielen. Na, also das ist gut. Na, jetzt tut es. Okay. Okay, wir spielen natürlich mit, äh... Na. Da war's. Na. Da war's. Na. Da war's. Da war's. Da war's. Da war's. Okay, genau. Da war's. Äh. Na. Ich weiß nicht, wo ich das ganze Geld herhabe, ich weiß es selber nicht, ich hab einiges verkauft, es ist mal mehr hochwertig und da auf einmal jetzt eben bin ich nach dem Wut. Jetzt kann man sich auf jeden Fall die Station locker leisten, ich mein jetzt kommt uns eigentlich zwei Stationen an, weil wir müssen die Arne erst aufgewandert, aufgewandert, aufgewandert. Ja, ich bin ein Buschentag, da schicke ich da Montan-Tante-Weibchen verschiedene, im Sektor Patronen, wo ich mich jetzt frage, was da jetzt ein Unterschied ist. Ist nicht eh ziemlich, wenn man da auf Omicron schaut, ist da jetzt ziemlich klar ausgestattet. Da würde ich nur das beste Zeig sein, die kommt. Und da einiges geklappt hat. So. Der wäre ja ziemlich groß, ne? Das ist ein bisschen schwerer, bis ich näher weiß, was noch zu sehen, zu sinken mit oder sowas als Gämpfung das. Guck. Genau, eine Mini-Grenze? Genau. Wir fangen jetzt an Üblu, ob ihr einmal eine Match mehr leisten könnt. Ich glaube ich fange von der Ding an. Ja, dann mal. Warte mal, wir gucken uns schon. Der Sektor kehrt den jemanden. Ne, da steht echt kein... Ne, da steht ja zum Beispiel ganz weit vorne. Blablabla. Ne, das heißt, das ist dann echt weg. Genau. Das ist echt ein Problem. Öl. Öl. Mal eins. Ja, 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 ja. Gründe in Station. Genau. Gitterhandel bekommen, schwarzes Blut. Befehle, äh. Wie, okay. Danke, das muss einstehen, das man jetzt klar kann, wir machen, wir machen, wir betreten. Hm, okay. Okay, ich nehme schon. Okay, ich gehe einfach mal um, ey. Okay. Hat das jetzt Gitterhandel? Basispreis, okay. Okay. Hm. Oh, na, da will die immerhin. Na, da. Besatzung automatisch zuwiesen. Und wir werden nicht gleich was kaputt probiert. Und da tut jetzt ja auch schon wieder was kaputt. Ich will nicht. Okay. Was ist jetzt? Hm. Hm. Warte. Die. Okay. Ähm. Genau. Genau. Was machen wir jetzt? Nehmen wir die Tarn? Nehmen wir die Tarn aber jetzt schon. Oh. Nehmen wir mal. Wo war das was für Quartiere? Ich bin mit euch gerade unsicher. Hm. 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 Ich nehme die Tarn. Hm. Hm. So. Und wir machen ein bisschen. Nein, das wäre nicht so ein bisschen. So. Das wäre ein bisschen sehr viel. Hm. Hm. Ich will eh jetzt. Okay, da steht es bloß 24 rum. Hm. Mal machen es einfach mal. Genau so. Also 25. Okay, jetzt mal 50. Und da einfach so auf der Kante, irgendwie so, ne? Perfekt. Das heißt, es müsste eigentlich schon genau die Mauer, müsste es eigentlich auch gleich passen, weil jetzt haben wir ja gezwistert, aber genug Besatzung aktuell. Also, genug, genug Platz für Besatzung. Die Schneidung und blablabla. Genau. Das brauchen wir natürlich. Wo waren wir da? Ah, Dock, das brauchen wir. Ich glaube, das mache ich vielleicht aus Eisen, von dem Frachtraum. Okay, doch. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Und dann kommt es da so, warte mal. Da einfach noch, ähm, nehmen wir gerade noch ein Quartier. Das da, da so. Äh, es gab ja nicht, oder? Es passiert halt. Das kann so, da fliegen. Genau. Und da das oberen weg. Das kann ich weg. Genau. Weg damit. Genau. Genau. Da passt jetzt dann eigentlich schon ein gutes, äh, Dock her. Dock, dock. Wo waren das hier? Ah, da, die Teile. Hm, 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 hm. Äh, das wird einmal auf jeden Fall mit zuerst einmal dran. Genau. Äh, ja, das... Das ist ja Eisen, oder? Ja, Eisen doch, genau. Äh, jetzt passt der, genau. Äh, jetzt braucht es für mich nicht ganz so lang sein. Äh, ein bisschen breiter, genau. Äh, ein bisschen Ding. So vielleicht. Äh, nein, ganz so. So vielleicht. Das reicht euch schon. Äh, man seht es ja jetzt, äh, einmal. Äh, ich mir hätte eigentlich gern sowas wie mittig, oder... Äh, einmal. Hm. Okay, schaut schon mal gut aus. Genau. Jetzt, da können die Schiffe schon undocken. Warte, einmal. Ah, okay, cool. Hm, genau. Ich glaub, was man auch noch braucht, sind, äh, Produktionsdinger. Die Bau ist gerade so aus, wie es sind. Äh, wo waren das? Energiecontainer. Ah, Generatoren brauchen wir. Strom brauchen wir auch noch. Wäre so gut, äh, wo noch? Haben wir mal Generator. Ja, vielleicht könnt ihr da unten irgendwie dran setzen, oder so irgendwie. Hm. Da meine ich ganz so tief, oder so irgendwie. Äh, das Problem ist immer, dass das snappt. Nein, das finde ich echt ein bisschen doof. Ich mein, äh, obwohl welche Station ist, genau. Wir können so snappen. Äh, wir snappen es einfach so. Okay. Ich mein genug Mechaniker. Genau. Wieso steht da Docks nur? Ich dachte da jetzt auch Dock. Äh. Genau. Energiecontainer. Die könnten wir da so dahinter, ne? Geht das nicht? Warte mal. Vielleicht ein bisschen Ding. Na. Wie. Geht doch, oder? Ja. Und dann brauche ich natürlich noch, äh, Funktion. Äh, wo ist denn das? Funktion, Akademie, Transporter. Transporter, wir waren jetzt recht. Äh. Äh. Da hockt ja ne. Äh. Na. Da bin ich mehr, die dann, äh. Handmeister nicht da so, oder wir da so ansetzen. Ja, aber doch. Gibt's doch, dass es geht. Genau. Wenn man mal kurz aussehen. Hm. Das wird sich ja gut anfangen. Ah, jetzt müssen wir mal reaktivieren. So. Okay. Äh. So, was, äh. So, was, äh. Äh. So, was, äh. In die Kette, jetzt fällt der. Wo ich schon ja gleich, äh, schütt schütteln am Morgen. Das ist ja. Aber da ist natürlich nicht ganz so groß. Ja, eben zu verfehlen. Warte mal. Vielleicht eben wieder. Warte mal. So, genau. Genau. So. Aber bis jetzt so. So. Okay. Und bitte, da kann man noch irgendein Problem. Topf. Hm. Ähm. So. Einfach hier noch mal. Äh. Smart Tüle. Obwohl, ich mach da einfach das jetzt mal. Genau, das jetzt. Warte mal. Äh. Wieder so. Dann ein bisschen. Genau so. Und noch. Genau so. Dann war es jetzt ein bisschen. Warte mal. Okay, das ist... Ist das jetzt... Ist das jetzt Tarno oder? Äh, ist das... Äh. 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 Ist wohl die Tarno-Wallsegel. Äh, noch. Und dann so. Und jetzt dann... Äh. Doch. Was geht ab, doch? Okay. Ja, okay. Jetzt tut das nun. Okay. Ich muss noch mal kurz schauen. Wie schaut das aus? Äh. Was hat das nun hier? Äh, okay. Äh, okay. Äh. Super. Mit schon... Oh. Öl. Äh, super. Äh, jetzt geht vorwärts. Okay. Äh. Okay. Äh. Okay. Was ist das? Äh, das gut ist. Okay. Passt das, äh. Äh, guter. Äh, ich hoffe. Ah ok Ah ok Ah ok This too Ok Profit, Profit, Profit Hm Ich würde dann Imbi jetzt gerne noch Aber da wollen wir noch sehen Ob es da sowas wie Äh, noch Schau, das ist gerade Äh Akku, nein, ok Ja, ob es da jetzt sowas gibt Wie, wie auch, ne Ich will sowas wie ein Ding Äh, dabei benutze die Energie Solche Energien haben wir da zum Gefühl Das ist mir gut Also das Brunnen haben wir wirklich Äh, also das überkommt mit der Energie Aber Proktion Ok Dann meinen wir jetzt zum Beispiel Weil dann wir jetzt gehen Äh, zur Proktion Äh, das ist Energiekompeler Wo in der Hülle Da irgendwo, oder Buchschreiber Doch, nein, das ist das nicht Ha, da Proktion Ok Ok, das war's bei Weil man hat man sich gesehen Waren halt soviel dazu Da nicht mehr Hülle Aber eben auch Äh Ich brach's hier um Warte mal Warte mal Warte mal jetzt Ok Nein, plus Plus Warte mal was Plus Hm Ok Hm Da komm ich aber irgendwie Let's Weiß ich noch Ah, aber Spiegel Weiß ich nicht Äh Wo Weiß ich noch Von jetzt mal Ok Ok Das heißt Ok Aber soviel Das ist Da Dann Dann Für Für Das ist wie das andere Finanzen, ja. Hm. Da. Oder so riesiges. Äh, es geht. Das kann man so aufhören. Ich muss auf jeden Fall essen. Ich muss aber auch Preise machen oder so. Braucht die Unskapazität? Dann muss ich noch ein bisschen breiter. Da so. 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 Ich hab das. Ich hab das. Die brauche ich so, dass ich die Küche für einkaufen soll. Nein, nein. Für was brauche ich das eigentlich? Weil, die braucht ja jetzt nichts. Die braucht keine Ressourcen. Nein, oder? Ja. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen essen machen. Aber. Da muss ich noch mehr. Äh, bis morgen. Oh, das Rohöl. Der steckt schon mal. Hm. Okay, bis jetzt mal nur. Oh, tsch. So, die geht's next. Oh, no. Ich glaube, ich brauche vielleicht auf der anderen Seite dann auch immer ein Dock. Alles, äh. Da lass ich dabei noch. Okay, und den Finder jetzt da vom, vom Platz her. Da kann man gut andocken, ne? Weil da heißt es Asteroid im Weg, ne? Äh. Ich hab schon etwas gesehen, dass auch das Problem ist. Äh, dass auch Asteroid im Weg ist. Aber da ist auch schön, ne? Das ist da ziemlich frei. Die Büro der Bord. Ne? Der Sehne. Inten ist ja ein bisschen was weggeschossen, aber ich ... ... gar nicht viele geht. Ah, okay. Ah, okay. Die. Guck mal. Wenn wir mal jetzt rum auf die Befehle, ne? Äh, vorne ein schwarzes Brett. Okay. Ich glaube ich jetzt kodieren. Das war eigentlich da schon so. Genau, da doch. Oder? Das hat doch mal was zu docken gehabt. Naja. Das ist ja gar nicht so. Äh, das kommt schon. Ja. Geht doch. Dann mal, äh, dann mal jetzt auf, äh, Fracht. Warte mal. Äh, Fracht. Okay. Oh, Kartoffeln. Ich muss meine Binger verkaufen. Okay. Fangen wir noch mal kurz. Ja. Ähm. Ähm. Gut ein. Genau. Das weiß ich. Jetzt darf ich gut einkaufen. Dann werde ich die deaktivieren. Okay. Genau. Bei ihm will ich mal. Dann kann liegen wir. Dann ist vielleicht der Frachtraum voll. Ähm. Ab wo wir voll sind. Wie groß ist nicht der Frachtraum? Oh, okay. Da sind Tausende. Tausende vom Ding. Da man kann nicht... Ah, sicher kann ich den da ansehen. Wacht. Aber wo wir älstens nicht vor sind, ne? Also, sie sind nicht vor, sondern so, wenn ich das Ding jetzt alleine umstehen lasse. Und letztendlich in einer Ebene, ne? Dann wäre es schon wirklich intelligenter. Mal noch ein bisschen mehr aus. Dann mal. Das ist wirklich interessant. Ja. Coolne Idee. Dann mal. Ich will ganz ein bisschen Trinium. Einmal jetzt nicht das ganze Trinium verfreulichert. Aber ich könnte euch auch ein paar reinbauen. Also, zum Beispiel. Ähm. Und jetzt nichts raus. Na, okay. Das mag keiner machen. Und wenn ich mich nicht umfühlen sollte. Einfach echt so. Umfühlen. Kann man vielleicht noch um ausrichten. Genau. Machen wir sie planen. Aber jetzt geht's dann diese Sognung. Oder vielleicht so zeitlich aussagen. Und dann einfach dann. E-topf. Und das wäre auch eine Möglichkeit, vielleicht machen wir noch ein bisschen kleiner, wie, genau, so. Entschuldigung, doch, einige, einige, viele, viele passen wir da mal. Das sind alle viele Mieten, da soll ich sehen. Genau, leider kein Platz, oder nicht? Also die Fände, oh, ich sehe gerade nicht, okay, die Fände. Da jetzt. Damit auch was dran. Und dann haben wir einfach von, genau, von den Armen, genau. Genau, genau. Und jetzt, äh, warte mal jetzt. Mh, sind wir da ja. Wir haben doch, braucht sie uns Einheiten. Mh, genau. Oh, mein ganzes Eisen ist jetzt weg, super. Auch ein paar Eisen, ich will es nicht mehr schauen. Warte mal. Wo ist jetzt die Ventura? Die ist jetzt da. Nein, nein. Die soll da, äh, abbauen. Also, also, wie gefährlich ist das? 3% Eisen an die Tarn. Äh, äh, das ist maximal 6. Okay, das ist sowas höher. Ich weiß nicht. Sowas? Äh, das geht für mich. Äh, 12% Super. Ich glaube, die, da mal die Haut, die macht ja eh. Genau, die Haut, die noch. Wie schaut's aus mit den, äh, oh nein. Oh nein. Mal erkunden. Von sich, mal gucken, was der ist, oder nein. Oh, da weiß ich nicht, was da geht. So, das geht. So, ging. Okay, das ist doch kein Schiff von jedem anderen MPC-Ding, aber vielleicht dauert das einfach nicht Zeit lang. Ich meine, ich geh dann von den kleinen Schiffen, äh, ah, genau, von den Ladies, äh, genau. Ja, genau, obwohl ich jetzt aus, die will jetzt keine Piloten haben, oder? Genau, das heißt, ich hab jetzt eine Idee, ähm, äh, warte mal, da muss ich jetzt nicht wieder auslegen. Genau, ich hab jetzt keine, äh, genau, keine. Da gibt's auch noch keine, okay, 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 super, mhm. Mhm, mhm. Okay, kein MDR, grün noch, eine ganz kleine Akademie im Brünnchen, ja, nicht so groß. Hm, jetzt, so, oh Gott, jetzt ist ein bisschen übertrieben, äh, ah, Höhe, genau. Okay, äh, muss ich mir das auch jetzt in der Mag10? Also, Ausbildungskapazität, jetzt haben wir jetzt eins, im Ernst, jetzt haben wir drei. Also, wie haben wir nicht bis gestern? Hm, 700, wie haben wir denn? Okay, 600, nein, bringen wir 600, und ich bin noch 2000 übrig. Ja. Ja. Ja, fünf. Genau, das heißt, ich kann jetzt da. Ich glaube nicht, dass ich keinen Klug haben will, das wäre natürlich da auch optimal, eine Aufwandstation. Ähm, genau, wie auf jeden Fall die Quartiere noch anzubauen, ne? Dass man da auch vielleicht ein bisschen was, äh, backen kann, ne? Biss vielleicht backen kann. Genau, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall, äh, Bärknoll, brauchen Bärknoll, brauchen Bärknoll, ich glaube nicht, ne? Da oben wird man brauchen, genau. Hm, wie haben wir denn noch? Ähm, vielleicht noch einmal 10 in die Aufwand. Genau, das kostet ja einiges. Da sitzt. Da haben wir halt noch Torleid an. Reicht das jetzt? Also, man braucht auch immer, äh? Und wenn du gerade in der Ausbildung checkst, und wann sie in der Ausbildung sind. Ähm, äh. Ah, warte mal, genau, da wird hier. Du mein, äh. Oh, ah, da wird jetzt, ah, da wird's gehoren worden. Komm, komm, ich komme nicht mehr, weiß ja. Ne, ne, Station nicht mehr. Ist ja versichern, oder? Euch geht das bei mir, leist, keine Ahnung. Fabrik, äh, scheint probieren loszulaufen. Das hört sich mal gut aus. Na, was machen wir? Warte mal, was machen wir jetzt eigentlich? Oh, was geht? Die leist, 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 leist. Wir müssen doch was anders runter. Oh, da. Okay. Dann steigen wir mal in die Defender. exact. Diff. Diff. Oh, ja, às habt ihr ja auch etwas besser, oder? Oder ich nehme mir die, die 이용ge der Bjudge? Ich mache mich nicht mehr. Aber das ist ja auch immer ein bisschen. Ich warte mir nur noch im Gefühl. Oh, ich meine, wie es das ist das karetagern, das ist so lenne. Und jetzt mal so, Okay. Okay. Oh, okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay, okay. No. Warte mal. Wo war jetzt die Nabu? Was macht die jetzt? Hat die jetzt den Befehl? Okay, schon alle ein paar Träume. Ist aber wahrscheinlich nicht so schnell wie ich. Okay. 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 Wo ist jetzt der? Okay, der ist weggesprungen. Oh, okay. Oh, das war jetzt nicht schlecht. Ja. Genau, guck mal da. So. Aber das wird ja weniger. Ist ja egal. Ich weiß nicht. Es bringt ja einem. In dem Konten bringt sie auch uns ein bissel was. Wenn sie die Bakten noch helfen. Hm? Da ist nicht so viel. Ich noch die Fahrer. Da ist ja auch keine Kommando, wie auch. Da ist auch gar kein Kommandor drin. So, wo sind das die Piraten? Komm mal, warte mal auf die, ihr kommt zu mir zurück. Warte mal auf die. Ah, da bin ich auch voll auf. Warte auch nicht. Ah, es kommt weg. Oh, sie ist da. Oh, sie ist da. Okay, das ist da. Okay, das ist da. Oh, das ist da. Ah, genau. Es ist da. Es ist da. Schiff, genau. Ah, genau. Aber ich habe keinen. Ah, mit einiges gutes Zeig, was er dann in Böbel nutzen oder verkaufen könnte. Ah, okay. Genau. Seht, der Pferd habe ich nicht genau passt. Äh, war sie fertig oder? Ich hole auch. Ah. Es war jetzt aber Öleiniges. Ähm, die Tarn und Eisen. Boah, boah, warte mal. Äh, die Station. Wer hat die jetzt schon? Ah, ja. Die soll nämlich, äh, genau. Da sind doch irgendwo essen, oder? Ich meine, ich sitze genau. Ich glaube, ich lasse ich, äh, zwei bauen, ne? Und dann schon mal eins gleich mal an, ne? Also den zweiten lasse ich noch fertig. Ah, kein Pilot, ne? Sehr gut. Easy. Ja. Wir haben jetzt gerade wieder noch ausgebildet. Ah, da ist jetzt ein Frachter. Nein. Nein. Wir haben, äh, genau. Ich komme jetzt wieder zurück. Und wo ist, aber dann mal, wo ist der Frachter? Okay. Let's go. Okay. Wo ist jetzt die? Da hinten? Ich bin auch ganz hart, dass der gerade, dass der gerade da war. Weil ich bewegt es gerade so, als würde ich gerade wegfliegen. Von der Mine. Also, wir tun uns noch vor. Ich war auf dem Mikrofon. Okay, man kennt auf jeden Fall noch eine zweite, eine richtige Raum-Megor-Staffel, die dann auch standardmäßig patrouilliert. Äh, standardmäßig draus muss. Boah! Da kann keiner aufstehen. Da wird ihm die Mille einstehen, genau. Oh, da wird er nicht hier. Schiffst mal ihn. Oh ja, es dauert noch einige Zeit. Hm. Na, warte mal. Äh. Äh. Frachtraum. Frachtraum. Genau. Da findet man zum Beispiel auch noch so. Was ist das? Infoliarisierung. Da finden wir da drei. Ich glaube, die kriegt bei einem Moment, wenn man einen Post besiegt, ne? Genau. Aber was ich mir gedacht hab, äh, bringt das denn das was? Haben wir das in der Station? Ein Punkt. Hm. Hm. Und wenn noch ein paar Sachen mal zum verkaufen. Genau. Gehen wir den, äh, mit dem Frachtraum. Der ist sicher schon bei der Hälften. Okay. Und doch. Das ist eigentlich schon fast, da können wir einfach schon in der Nähe. Und nur fliegt der Immobilie, jetzt was wir jetzt wegfliegen. Okay. Wir sind patrouillier. Genau. Wo weinscheidig könnten wir ja dann das Öl am Anfang noch, äh, von, äh, von, äh, von, äh, unseren Schiffen wegtransportieren lassen. Und das war so so, ne? Ich stelle jetzt gleich auf die Frage, ob das standardmäßig Öl, und wir sollten ja noch schauen, wo Öl gebraucht wird. Und ich habe gelesen, dass Öl erst eine starke Miene recht gut sein soll. Und vielleicht können wir ja wirklich in ein paar Folgen dann eigentlich schon den zweiten, äh, ich möchte noch einen zweiten Astroiden beansprucht. Und vielleicht können wir den dann auch gleich umbauen, also eine Station zu bauen. Okay, jetzt ist es weggesprungen. mal in die Richtung gibt mich, äh, okay. oder eben, vielleicht nach oben, stimmt nach oben. Ja, könnte man auch doch bauen, ne? Oder, äh, ja gut, nach unten, ich glaube, nach oben wäre es etwas besser. Da wäre es etwas weniger. in der NABU, du brav patrinen, da dürfte jetzt eigentlich nichts passieren, oder? Ich meine, das ist halt nicht der schnellste, oder keine Ahnung, was wir essen, die. hat. Ah, da wird auch wieder Fracht auf, ne? Okay. Gut, 200, 300, ja. Ja, gut, in die Maske werden, vielleicht nicht ganz so schnell, okay. Kaufmann? Na, der wird wahrscheinlich auch nichts kaufen, der wird ja was verkaufen wollen. Machen wir mir vielleicht doch der an. im letzten Mal, irgendwie oft, da die Piraten auftauchen, aber, ich kann mich vorstellen, dass wir da einfach ändern, äh, wo, wo, wo sie klemmen schon. Hm. Ah, jetzt mal mit den dritten, äh, da aufmachen, den dritten. Machen wir den noch fertig, und dann lasse das auch. Weil, da kämpft rein, so hätte ich auch noch eine richtige, äh, richtige Raumjäger bauen, äh, also, so ab wie ein Manni, ja. Und da ist schon besser rein, eine bauen. Weil, da könnte man ja in der Zukunft auf jeden Fall einen Kreisanhang reinbauen, da ist auf jeden Fall zu viel, äh, für einiges. Und für dich. Jetzt. Passt. Wollen wir nur noch, genau, äh, nein, jetzt hab ich es voll kräft, nein, jetzt brauchen wir nur noch, äh, mal piloten. Hm, jetzt pass, ich tue auch, vielleicht gleich mal 10 Security auswählen. Hm, genau. Und auch, äh, das ist ja super. Und auch, äh, die eigene Station, äh, gewonnen haben. Passt jetzt wieder. Genau. Ja, Sicherheit wäre auch wichtig, Ankrebsdrucken, ja, man kann brauchen, aber ich mein, Security, ne, für die, die Station dann, gegen, ne, und Piraten angreifen, also, wenn sie es eh wahr wollen, ne. Ja, es tut mir jetzt halt mal viel Feuer noch verstärken, weil, also, es ist noch ein großes Problem, ne. so, aber, ob das wieder einmal für den Anfang reichen. Ah, jetzt sind da jetzt schon zwei da, Okay, okay, äh, äh, Transporter, okay. Und ob die jetzt zurückkommt. Jetzt bauen wir ziemlich spät hinten noch. Vielleicht braucht er wirklich einen Fluss in jede Richtung einen Dock, ne, mit Zwicky von ihr, eh, eh. Obwohl, wahrscheinlich, eh, eh, das am nächsten, bis aktuell. Es kommt auf jeden Fall näher. Das Schiff will, so. jetzt würde ich ja mal auf die Karten schauen. Okay, genau, kontrolliert, fand schon, genau, das heißt, der Sektor, der gehört jetzt, mir, ne, also, er gehört niemand anders. das, das kann man keine K&R stattieren, oder, es, wieder mal keine K&R stattieren, bauen, würde ich mir sagen. Aber, das ist nicht so, dass hier, wie viel Male hier haben, wie viel mehr ist, die Hälfte voll. Okay, das Schiff kommt auf jeden Fall noch näher. Ich will jetzt auf jeden Fall noch warten, bis das Schiff los werfen. Schützbäckig angedacht oder nicht und dann ist auf jeden Fall jemand, der ist auf jeden Fall weiter hinten, der bewegt sich immer nicht, aber eben da die Transporte ist doch ruhig schnell unterwegs. Jetzt wo er mehr Geld hat, könnte man eigentlich rein theoretisch mit dem Volk, das gleich daneben ist, einem Allianz vorschlagen. Da braucht man Geld, man muss es nicht immer spenden dafür, aber sonst sind ja grün und blau und neutral, sondern grün. Nur bis jetzt kommt es auf jeden Fall näher, auch wenn es ein bisschen schneller ist, 202 in der dringend Sekunde, aber jetzt das dockt sicher und da bin mir ziemlich sicher, dass es am dockt, aber wir brauchen auf jeden Fall die nächste Bohre, aber dann genug Material haben wir gefühlt nach einem 12-Tag. Falls ein Schiff gerade an oder ab dockt, dann wird das nächste Schiff wieder warten oder dann sagen wir, ich vergiss es. Okay, 4, 2, 3, 2, und jetzt sieht man schon. Das ist noch ein bisschen besser. Das dauert das viel viel an. Ja, das ist geil. Jetzt wird es spannend, wie viel ich da kaufe, von meinem Zeix, von meinem guten Rohöl. Rohöl? Äh, äh, doch, diese Rohöl, die haben es ja gedacht, ich stelle da rein. Und jetzt noch immer ganzen Kilometer weiter weg. Nein, die fliegen auf jeden Fall Autopilot, weil da sieht man, wenn man normal, wenn man selber mit Traktorstrahl andockt, dann hat man ja 100 Meter pro Sekunde und wenn man auch mit Autocomputer oder bei dem PC so anscheinend, dann, ah ne, fliegt man nur halb zu schnell. Sorry. Ah, jetzt können die dran und docken gehen. Ich mach das erst. Okay. Muss ich jetzt was machen? Ich muss nicht. Oh no. Ich hätte die erste gehen sollen. Und sie ist einfach automatisch abgerufen. Ich wollte nur wissen, wie viel da neu. Ob die zählte ich mir was? Hmhm. Okay. Ah, ja, jetzt haben wir gekriegt, oder? Und dann, und dann verkauft er 13 Ohl, ich meine, das ist jetzt nicht viel, 13, weil wenn wir jetzt doch schauen, wie viel wir denn, ja, fast 100, äh, das ist nicht mehr so viel, aber vielleicht wird sich das so rum, äh, Ding. Ja, muss sprechen, dass wir die New Kids an den Block sind. So, warte einmal, wie hat das eigentlich was, äh, jetzt sind die alle wirklich noch beschäftigt. Äh... Irgendwas, ähm, irgendwie bin ich ganz klar. Äh, okay, die schon macht er oft und die Haula macht was genau, die brauchen wir gerade... Okay, okay, jetzt, da wird er fertig geworden. Okay, die fertig war, die Lee Avengers. Na dann. Ach, die wird das ein. Ah, die ist eh klein, dann eh. Ach, Moment, das ist jemand, dann kann ich da anschaffen. Okay, jetzt sind da schon zwei Transporter. Ah, komm, jetzt ist ja schon ein bisschen mehr los. Ich sag's doch, das fehlt noch, das fehlt noch. Deswegen wird's für mich da wichtig, dass wir da wirklich demnächst einen Zeitdruck anbauen, wo das genau veröffentlicht wird. Man bekommt zwar von der Seite, aber sie fliegen jetzt so einen Bogen. Okay, ist die Idee da. Ja. Ja. Mal, ähm, verkaufen. Also, warte mal, oder? Ja. 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 Fertig. Ok, ja, das ist aber noch nie fertig. Wir raten, greifen sich dann. Ok, jetzt habe ich gehackt. Warte mal. Das ist da hinten die Naboo. Hm. Ich sag's, ich leg jetzt die Defenderanus. Obwohl, nein. Brauchen wir nicht mehr. Die Naboo hat bestimmt fertig gemacht. Genau. Ja doch, ne. Vielleicht brauche ich doch gleich noch ein Schiff von der Naboo-Klasse. Weil der eigentlich ziemlich gut ist. So, reicht das für ein... Äh, für ein... Viermal. Hm. Ja, hab mir gedacht. Ich hab mir gedacht... Äh, Warte, mir gedacht. Die nicht. Die nicht. Die nicht. Die nicht. Die nicht. Die nicht. Na, warte mal. Jetzt kann man das... Wie schaut das aus? Ich mach da jetzt halt an. Okay. Ich glaub, das funktioniert nicht. Weil jetzt sagt man dann... Oder? Pula. 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 Dann sind wir da mal eigentlich nicht mehr rein. Auf der Seite jetzt... Eben. Oh, immer schon gedacht. Das geht manchmal nicht. Okay, dann... So. Mach mal. Jetzt hat man zwei Locks eben. Okay. Äh, wo ist die Lady? Genau. Einer wollte nicht bei. Weil die Lady is a friend. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie ist die Lady? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt hab ich schon gedacht. Äh, gut, äh... Nicht handeln. Genau. Fracht. Das haben wir Ose. Das haben wir einer. Genau. Aber was wir empfehlen. Äh, warte mal. Äh... Und jetzt... Nein, ich meine jetzt müssen wir die Lady... Äh... Verkaufen. Wenn wir da irgendwie da so... Mettig. Oh, äh... Äh... Ist das der Profit? Mach das einmal. Ah, da kommt sich das nächste Schiff. Wie geht er wieder aus da? Weil ich bin wirklich Angst. Das ist immer falsch, oder? Okay. Dann kommt sich das nächste Schiff. Okay. Aber jetzt machen wir zwei Schiffe gleichzeitig undocken. Das erhöht die... Undockmöglichkeit gleich um 100%. So, okay. Aber jetzt sehen wir noch. Auch Transporter, okay. Da. Ich möchte ja... Fisch... Undocknuligfest. E... entspannt befüllt ihr ehreigen sich. Hmm... Ja... Penslich ruhig. Das ist aber ein wickriger Frachter. Us.. 1.05 Omikron auf Feuerkraft, ne. Da bin ich, dicke, dass die Frachterstständigung zerstört wirdiem denn... von den MPCs, ok, ich habe jetzt gar nichts verdient, es ist jetzt nichts dran gestanden, aber jetzt, das war auch anders, das war auch anders, jetzt war die MPCs fertig, jetzt war wieder ordentlich vor, jetzt haben wir noch, wir sind ja voll, nur den Bewerfuss, O3, so, und zwar bedanke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, bis bald tschüss!